Das Sozialgericht Hildesheim hat entschieden, Jobcenter müssen jungen Bürgergeld beziehen, auch dann den vollen Regelsatz auszahlen, wenn diese von zu Hause ausziehen mussten und danach keine Wohnung finden. Und das, liebe Leute, ist ein echter Paukenschlag. Ich bin Dr. Urs Anhalt, Experte für Sozialrecht hier bei Gegenharz. Denkt dran, hinterlasst ein Abo, diskutiert unsere Inhalte, teilt unsere Videos. Wir brauchen Öffentlichkeit. Wie sieht genau die Rechtslage aus für junge Leistungsberechtigte, die aus ihrem Elternhaus ausziehen? Und was hat es mit dem konkreten Fall auf sich und was macht diesen Fall so besonders? Das erkläre ich euch jetzt. Die Rechtslage sieht so aus, Bürgergeldberechtigte unter 25 Jahren haben bei einem erforderlichen Auszug aus ihrem Elternhaus im Eilverfahren einen Anspruch auf einen Regelbedarf der Stufe 1, also den vollen. Laut einem Urteil des Bundessozialgerichts von 2018 ist dies bei jungen Leistungsberechtigten unter 25 Jahren ausdrücklich nicht an ein konkretes Mietangebot gebunden. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat außerdem bereits 2010 entschieden, dass eine einmal gemachte Zusicherung an eine Leistungsberechtigte unter 25 Jahren, ihre Mietkosten zu übernehmen, weiterhin Gültigkeit hat und als Grundsatzentscheidung anzusehen ist, das bedeutet, auch andere Jobcenter haben sich danach an diese Zusicherung zu halten. Was bedeutet das aber in der Praxis? Unser Kollege Detlef Brock von der Erwerbsloseninitiative Tacheles e.V. hat sich einen konkreten Fall angesehen, der vor dem Sozialgericht Hildesheim behandelt wurde. Die Bürgergeldbezieherin, um die es geht, ist 22 Jahre alt. Sie ist alleinstehend und gilt als prinzipiell erwerbsfähig. Allerdings ist sie seit 2022 unter gesetzlicher Betreuung. Bis zum November 2021 lebte sie mit ihrer Mutter, mit dem neuen Partner ihrer Mutter und mit ihren fünf Geschwistern zusammen in einer Wohnung. Von Ende 2021 bis Februar 2022 wurde sie im Fachklinikum Göttingen stationär behandelt. Diagnostiziert wurden dabei eine Essstörung, eine Persönlichkeitsstörung und eine Depression. Das Jobcenter hatte bereits im September 2021 die Zusicherung gegeben zur Anmietung einer eigenen Wohnung der Betroffenen mit der Begründung eines besonderen Härtefalls, den das Jugendamt bestätigte. Denn der neue Partner, der Mutter, wollte die Bürgergeldbezieherin nicht mehr in der Wohnung haben. Als sie 2022 aus der Klinik entlassen wurde, hat die Betroffene keinen festen Wohnsitz und ist auf Wohnungssuche. Als Postadresse nutzt sie ambulant betreutes Wohnen und kommuniziert über diese Einrichtung mit dem Jobcenter. Im Mai 2022 stellte die Betroffene dann einen Antrag beim Jobcenter auf Bewilligung der Lebenshaltungskosten und erklärte dabei, dass sie lieber obdachlos sei, als noch einmal mit ihrer Mutter und deren Partner zusammen unter einem Dach leben zu müssen. Das Jobcenter gewährt ihr dann einen abgesenkten Regelsatz der Stufe 3 von 471 Euro statt dem Regelsatz der Regelbedarfsstufe 1 von 563 Euro. Dagegen legte sie Widerspruch ein. Das Jobcenter lehnte diesen Widerspruch ab mit der Begründung, sie hätte keine Zusicherung eingeholt und die alte Zusicherung sei unwirksam. Die ganze Geschichte ging jetzt vor das Sozialgericht Hildesheim und dieses stimmte der Leistungsberechtigten zu und gab dem Jobcenter eine schallende juristische Ohrfeige. Das Gericht stellte klar, als erwerbslose, alleinstehende, unter 25-jährige Leistungsberechtigte müsste ihr der volle Regelsatz von 563 Euro anerkannt werden und das hätte auch nichts damit zu tun, ob ein kommunaler Leistungsträger jetzt im Nachhinein irgendwelche anderen Ideen hätte. Die Betroffene hätte nämlich wegen des Auszugs aus der Wohnung ihrer Mutter eine Zusicherung des Jobcenters bekommen und diese Zusicherung sei nach wie vor wirksam. Vor allem aber sei laut Bundessozialgericht die Wirksamkeit einer solchen Zusicherung nicht an eine bestimmte Unterkunft gebunden. Im Gegenteil, laut dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg verpflichte, so das Sozialgericht in Hildesheim, eine einmal gemachte Zusicherung an eine Leistungsberechtigte unter 25 Jahren als Grundentscheidung dauerhaft dazu, diese Zusicherung einzuhalten, die Wohnkosten zu übernehmen und den entsprechenden Regelsatz auch zu zahlen. Und dies gelte auch unabhängig davon, ob sich das Jobcenter wechselt oder nicht. Der Antragstellerin hätte also das Anrecht auf einen vollen Regelsatz und die einmal gemachte Zusicherung sei nach wie vor bindend. Die Wohnungslosigkeit zu das Gericht sei eindeutig belegt durch eine Stellungnahme der Einrichtung ambulantes betreutes Wohnen und außerdem sei belegt, dass sich die Betroffene im Zuständigkeitsbereich dieses Jobcenters bewegt. Zudem beanspruche die Antragstellerin nicht einmal die Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern lediglich einen höheren Regelsatz, der ihr auch zusteht. Was bedeutet das für euch jetzt, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid? Wenn unter 25-Jährige Leistungsberechtigte beim Bürgergeld aus schwerwiegenden sozialen Gründen aus ihrem Elternhaus ausziehen müssen und sie bekommen dafür die Zusicherung vom Jobcenter, die Mieten und die Lebenshaltungskosten zu übernehmen, dann gilt diese Zusicherung dauerhaft. Einmal Zusicherung, immer Zusicherung. Diese Zusicherung ist also ein Verwaltungsakt, der auch dann gilt, wenn das Jobcenter wechselt. Warum ist diese Gerichtsentscheidung so wichtig? Sie ist deshalb so wichtig, weil sie eindeutig geklärt hat, dass der Zusatz ohne konkretes Mietangebot die Kosten für unter 25-Jährige übernehmen zu müssen, auch bei Wohnungslosigkeit gilt. Das kann für euch und Bekannte von euch eine Leitlinie sein, wenn ihr selber in die Situation kommt, von zu Hause ausziehen zu müssen, vom Jobcenter abhängig zu sein und keine neue Wohnung in Aussicht zu haben. So, das war's für heute wieder. Wir haben weitere spannende soziale Themen für euch aufbereitet und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht es gut. Tschüss, euer Urs Anhalt.